Deep Purple in München. Im Rockmuseum Munich auf dem Olympiaturm startet heute die neue Ausstellung des Rockstar-Fotografen Didi Zill. Sein Thema? Deep Purple. Die britische Band hat 1973 das Konzertleben in der Olympiahalle eröffnet. Ausgestellt werden Motive aus allen Schaffensphasen der Gruppe. Die Ausstellung geht bis zum 30. August. Der Eintritt ist frei.